Kommen wir zur nächsten Kategorie. Der Marker war auch schon mal beste Barfrau. Richtig. Ich weiß nicht warum, aber... Die war auch schon mal beste Barfrau. So, beste DJ. Richtig. Das ist nämlich unsere nächste Kategorie. Bester DJ der Stadt. Ich bin ja mal gespannt. 2008. Toll. Nominiert waren... Stella Destroy. DJ Mars Mädchen. Und es war Gloria Biaganoff nominiert. Und gewonnen hat... Nein. Also der Spannungsbogen, der war jetzt so verschissen von mir. Das letzte Mal, dass ich das hier gemacht habe. Verschissen. Da hättest du dich mehr angeschränkt, Parker. Da hättest du dich dieses Jahr vielleicht wieder gewonnen. Als Maul jetzt. Was gewonnen hat, den Preis. Dieses Jahr. Ach, dafür gibt's noch eine Laudatio. Ach nee, dafür gibt's noch eine Laudatio. Ach nee, dafür gibt's keine Laudatio. Doch, aber jetzt hört auf. Wie du wolltest die ja gucken. Gewonnen hat, mit 46,7% Gloria Viagra. Applaus. Warum gibt's denn keine Laudatio? Warum gibt's denn keine Laudatio? Das haben wir gerade um Feierabend gesprochen. Weil... Also diese... 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 haben wir noch stark. Ja, man kann aber da immer so ein bisschen intern, äh, noch so ein paar Sachen besprechen, ohne dass es das Publikum gehört. Ja, also wenn du nicht da dründersprechen würdest, mit deinem Mikrofon, dann würdest das Kals machen. Es gibt Schnaps! Ja, dann reden wir weiter. Also wir warten mit dem Schnaps. Danke, Gloria Viagra. Jetzt trinken wir jetzt den Schnaps auf Gloria Viagra. Also diese Veranstaltung ist doch wirklich ein einziges Besäubnis. Also es könnte mehr sein. Ich hab gerade gedacht, ich sollte nicht das Ganze hochnehmen, weil meine Achseln sind heute nicht so was hier. Ja, es gibt hier ja keine Blöcke, und... jetzt mach mal weiter. Und... deswegen wird an... jetzt muss ich... da muss ich überlegen, wie das heißt, weil... an Gloria Viagras Stadt nimmt Sally Morell diesen Preis entgegen. Oh! 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 Hohohohohoh! Oh lohohoha! Ja... Nuhohohohaaa! Ja! meiner Mutter auch, meiner Transen-Mutter sozusagen, meine Richtlinie sitzt ja da unten, soll ich euch ganz lieben Grüße ausrichten. Sie kann heute leider nicht kommen, da sie gesundheitlich nicht auf der Höhe ist. Ich hoffe, es geht schnell vorbei und sie ist morgen oder spätestens Montag wieder auf dem Damm. Sie wurde mal gefragt, wenn du ein Gebäude wärst, wie würdest du dich beschreiben oder was wärst du? Und da sagte sie, sie wäre die Oberbaumbrücke. Groß, verbindend, ab und zu eine Spitze und gerne ein vertrauter Treffpunkt. Und sie ist auch eine Person, der man vertrauen kann, die einem hilft, die Jungtrampen immer auf die Sprünge hilft, eine Helfenhand hat. Sehr plassier ist, einer der wenigen, die noch politisch aktiv ist. Und wie sie immer so schön sagt, Montag, trinken wir noch einen Schnaps. Schöne Abend noch. Tschüss. Da hast du recht mit der Paule. Das stimmt, das macht die wirklich immer. Ja, 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 du trägst ja heute auch Glorias Haar. Ja, das ist die erste war schon mal. Dazu muss man ja sagen, dass gerade irgendwie die Kotz- und Scheiße-Reihe sich durch... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.